Ah. Wenn du runter sollst, da hältst du dich fest und weigerst dich runter zu springen, aber... Ach, komm. Hier ist nichts. Ah, ne Tür. Oh, oh. Nein! Der Bulle-Minotaurus. Jetzt ist er ein Minotaurus. Nachts ist er ein Bulle. Das Vieh ist nämlich echt cool. Okay, es ist ein Bulle. Zu bestimmten Zeiten ist das Vieh auf zwei Beinen unterwegs und ist dann ein Minotaurus. Das Teil hält auch ziemlich viel aus. Das heißt, wir müssen an dem wieder ordentlich rumruppen. Aber ich werde jetzt Folgendes tun. Das eigentlich nicht. Ich wollte ihm eigentlich die Klüsen verbinden, damit ich ihm ordentlich Zunder geben kann. Wo fahren wir denn die Monstersense hier? Ich muss sagen, der hält aber auch viel aus. Ich muss sagen, der hält aber auch viel aus. Das war das Ende eines monströsen Riesenbabys. Und nasses Fleisch. Yummy. Lach hier nicht noch irgendwas? Habe ich schon eingesammelt. Auch schön. Gehen wir mal hier in seine Spielzeugecke. In sein Spielzimmer. Gehen wir wie nur Tauren, Bullenbabys. Und hier ist nichts außer diese Tür. Toll. Falsch. Da wollte ich nicht. Okay. Nymphen... Ey, man geht das Nymphenwasser kaputt. Ich kann auch Nymphenwasser kaputt gehen. Erklären wir das mal bitte. Egal. Wir gehen weiter. Ja. So. Das ist normale Funkeln. Ich habe schon Hallus, ey. War hier nicht irgendwo... Ach, ja, 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 ja. Jetzt weiß ich es wieder. Hier ist ja an der Seite hier das Glitzerfunkelzeugs. Und darum kommt er hier rausgeprescht. Damit will ich uns das hier mitnehmen. Oh! Da ist der Zweite. Ich habe mich schon gefragt, wo der ist. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Die sind so... Die gehen so langsam kaputt. Die muss man immer so lange beschäftigen. Ganz toll. Ich schlitz dich auf! Alter Schwede! Alter! Das Vieh hat mir die Hälfte meiner Energie geraubt. Darum verdienst du den Tod! Und nicht nur dein Fleisch! Was aber denn hier fein ist. Aha, aha, nichts, nichts. Aha. Okano-Stein! Auch arsch, selten das Teil. Sonst haben wir nichts. Ganz toll. Jetzt aber... Wer damit... So! Komm, wir gehen Gassi! Komm, wir gehen Gassi! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, fein machst du das! Fein! Hol's Felsbräckchen! Und hoch! Upsa! Nein! Es wäre schön, wenn hier mal irgendwie diesen Brunnen kommen würde, damit ich nicht meine letzten Items verschwende. Später Felsmeister! Zweiter Erforschungsbericht. Schon der zweite? Später Felsmeister. Verteidigung der Superlative. Bei Verletzungen von außen bilden sich auf der Oberfläche seines Schwanzes und seiner Beine spezielle Kristalle. Wir nehmen an, dass es sich dabei um eine Art der Verteidigung handelt. Seine gewaltige Masse bietet ihm außerdem Schutz des überaus wichtigen Meisterfleischs. Überraschende Erstelligkeit! Wir gehen davon aus, dass die Organe an den Vorderbeinen zur Fortbewegung dienen. Die Kreatur kann sich so trotz ihres enormen Gewichts überraschend schnell fortbewegen. Auf der Grundlage unserer Ergebnisse können wir den Splitterfels Turm Meister als hervorragendes Exemplar für den Einsatz im Kampf empfehlen. Die für den nächsten Monat geplante militärische Inspektion sollte ebenfalls positiv ausfallen. Mann, ihr habt doch echt keine Orbeys. Die sind alle so begeistert von den Viechern, ey, und ich nehm die in eins auseinander. Klettern! Ich sagte klettern! Schieß doch! Idiot! Ah! Wenn mich jetzt irgendwas Fettes trifft, dann seh ich alt aus. Gibt's hier? Boah, hier ist gar nichts. Oh, schön. Äh. Nichts dickes? Was ist mit euch los? Hallo, Spiel! Erst willst du mich hier loswerden und dann sowas. Hallo? 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 Auch nichts. Wo bin ich denn hier? Ah, okay. Die Pistenerke trifft mich ein-, zweimal, da bin ich tot. Gehen wir erstmal hier rum. Dann komm nicht weiter. Scheiße! Mattbombe, Scherbe, Sprengerz, Mattbombe. Äh, ich habe nichts, um mich zu heilen? Scheiße! Was ist denn da unten? Ah! Sehr gut! Scheiße! Oh, bitte sei alleine. Ich habe Angst vor dir, lass mich in Ruhe. Die Kette geht durch die Führungskette von dem Aufzug, das ist doch auch nice. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Du magst mich nicht. Du siehst aus wie ein Arschgesicht. Ich bleibe lieber auf Abstand. Und ich sehe schon, wir müssen gleich zu Elena. Sie ist schon wieder fast halb mutiert. Dann kriegt sie was zum Hoppern. Wir heilen uns. Wir müssen, glaube ich, in der Truhe noch ein bisschen was von ihren Sachen haben. Also von ihren Küchlein und so weiter. Können wir einmal hier schön hier nom 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 machen. Endlich! Das ist Fisch! Schauen wir uns hier mal schnell um. Nichts. Das ist ein Haufen Roherz. Toll. Ah, und damit kommen wir weiter. Ich musste hier runter. Oh. Ich habe mich voll erschrocken, weil er auf einmal von selber zieht. Oh, mein armes Herz. Hey! Das wollte ich nicht. Hallo? Hä? Wo ist das Scheißding denn hin? Halt, halt, halt. Da liegt ja was. Ein Diamant! Ach, jetzt auf einmal, oder was? Behindertes Scheißding, ey. Lass dir nur Zeit. Lass dir Zeit. In der Ruhe dich die Kraft. Lass dich nicht hetzen. Ja, komm. Und wieder aufwärts. Dass wir die Dinger nicht an der Plattform zerschmettern können, ist ja scheiße. Menno. Mach. Halleluja, wir haben es geschafft. Klette sprengen, nach Hause gehen, futtern, heilen, schlafen und bla bla bla. Einmal kurz speichern und wieder zurück in den Turm. So habe ich mir das vorgestellt. Kommt mit dir irgendwas, was wir mitnehmen können? Noch nicht. Noch bringt hier gar nichts. Eine Kette noch übrig. Danach ist der Meister dran. Ja, ein Diamant. Mann, wir finden hier echt viele Diamanten. Das gefällt mir. Ah, haha. Ich verstehe. Such dir mal ein anderes zum Spielen. Blöder Otto. Zurück zum Observatorium. Wir müssen Elena füttern. Davor es dann anfängt, an uns zu knabbern. Löpse. Und was für Riesenhäuter. Meine Fresse. Ja, ich schwächt. Das ist ein Observatorium. Rium, Rium. Gut, es ist auch nicht so weit mutiert, dass es schon wieder negative Auswirkungen auf die Zuneigung hat. Ja, ja, ja. Wir haben es voll drauf. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Oh. Oh. Aaron, du bist zurück. Hast du das Fleisch? Nein, nein. Es ist nichts. Okay. Da ist wohl jemand auf Entzug. Das möchte ich auch gerne wissen. Das ist das Ding, was das Fluch ist. Ich habe dieses Mark auf meinem Bein, so lange, als ich kürzt bin, nicht wahr? Es ist das kürztes Symbol. Ja. Mein Schreibzeug. Nein. Ist alles alles okay? Check. Ich habe was für dich mitgebracht. Nur nasses Fleisch. Naja, immerhin etwas. Ja, Fleisch ist lecker. Ja, Fleisch ist lecker. Aber hey, die Zuneigung ist um eine Stufe wieder aufgestiegen. Das ist schön. So wenig, wenn ich das kriege, darf. Ups, da darf ich ja ein bisschen mehr. Wir können beides verbessern. Choose a way to forge. Harte Schuppe am Tisch, Diamant, Metallstück. Was will das Schwert? Choose a way to forge. Ab und barren Kristallers. Ab und barren Kristallers. Choose a way to forge. Wir können beides verbessern. Ja, sehr stark. Choose a way to forge. So. Gefällt mir. Geil. Warte mal, warte mal. Was braucht denn... Choose a way to forge. Quecksilber. Und Quecksilber. Und einen großen Knochen. Was ist da noch etwas, was du wolltest? Wenn wir mal tief in die Kiste greifen. Einmal Quecksilber kaufen. Was ist da noch etwas, was du wolltest? Warte, 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 warte. Was willst du mir verkaufen? Silbermünzen. Silbermünzen. Ey. Und Gold. Warte. Den Scheiß kannst du auch haben. Schwächt die andere Sklau von Feinden in der Nähe. Hm. Walten. Kannst du auch haben, ey. Den billigen Rotz. Gib beim ersten... Oh, Angriff sofort in die Brüche. Was sagt der noch mal? Der Stein strotzt vor Ohren macht und stillt den Willen. Ach, komm. Was ist da noch etwas? Hier ist was in Stock. Hey, äh, äh, äh. Was macht das noch mal? Erhöht Fähigkeitsstufen. Äh, äh, äh. Was ist da noch etwas anderes, wie du wolltest? Herstellen. Segensbringer. Das andere Zeichen gewährt göttlichen Schutz. Mehr nehmen. Ach, komm, warum nicht? Ja, ist das? Wo willst du zu stoppen? Nicht schlecht.